Willkommen zur Tumorsprechstunde. Im heutigen Gespräch geht es um das Hepatozelluläre Karzinom, im Volksmund auch Leberkrebs genannt. Vis-à-vis von mir sitzt Professor Jan Schmidt. Herzlich willkommen. Herr Professor Schmidt, welche Formen von Leberkrebs gibt es? Also es gibt grundsätzlich einmal Tumoren, die direkt in der Leber entstehen und es gibt Tumoren, die woanders entstehen, aber Metastasen in die Leber absetzen können. Das muss man unterscheiden. Wir wollen heute primär über die Tumoren sprechen, die in der Leber entstehen. Da gibt es zwei wesentliche Tumoren. Zum einen der Leberkrebs, das Hepatozelluläre Karzinom, und zum anderen den sogenannten Gallengangskrebs oder Cholangiozelluläres Karzinom. Und was sind die Ursachen? Also wie entsteht Leberkrebs? Meistens besteht eine chronische Erkrankung der Leber im Vorfeld, zum Beispiel eine Hepatitis B oder eine Hepatitis C oder andere chronische Lebererkrankungen, die dazu führen, dass die Zellen in der Leber sich schneller regenerieren müssen, weil sie durch die Entzündung auch schneller absterben. Und wenn dieser Zellteilungszyklus viel schneller und viel häufiger in einer gewissen Zeit ablaufen muss, erhöht sich die statistische Wahrscheinlichkeit, dass es zur Entwicklung bösartiger Zellen kommt. Wie wird die Diagnose Leberkrebs gestellt? Zunächst einmal ist es wichtig zu wissen, ob man selber eine chronische Lebererkrankheit hat. Denn wenn man dazu gehört, dann muss man regelmäßig zu Vorsorgeuntersuchungen gehen, damit der Leberkrebs oder auch ein Gallengangskrebs frühzeitig erkannt werden kann. Wenn man das also weiß, dass man eine Hepatitis B oder eine Hepatitis C hat, muss man regelmäßig zu Untersuchungen gehen. Dann kann man das sehr früh entdecken und in vielen Fällen auch heilen. Wenn man das nicht weiß, ist das Problem leider oft, dass die Symptome erst sehr spät eintreten, weil die Leber ein sehr grosses Organ ist und erst wenn die Tumoren entweder an vielen Stellen vorhanden sind oder sehr gross geworden sind, Symptome entstehen. Also beim kleinsten Verdacht, ruhig mal zum Haushalts gehen, dass ein Ultraschall gemacht wird, dann kann man doch weitgehend ausschliessen, dass an der Leber etwas nicht in Ordnung ist. Darf ich kurz nachfragen? Sie haben einen kleinen Verdacht erwähnt. Was versteht man darunter? Wenn Sie müde sind zum Beispiel und sich das nicht recht erklären können, wenn die Augen etwas gelb werden und man nicht weiss, dass neu aufgetreten ist, wenn man nachts viel schwitzt, Gewicht verliert und keine Erklärung dafür hat, das sind so Symptome, die vielleicht hinweisend sein können, dass an der Leber etwas nicht stimmt, aber auch für andere chronische Erkrankungen natürlich Hinweise geben können. Sie haben den Ultraschall erwähnt. Ist das der erste Weg zur Diagnosestellung? Ja, wenn man also noch keinen sehr hohen Verdacht hat, aber einfach einmal wissen will, ob in der Leber eine Geschwulst entsteht, ist ein guter Ultraschall in vielen Fällen aussagekräftig. In allen Zweifelsfällen sollte man jedoch eine MRT-Untersuchung machen, weil diese noch wesentlich exaktere Aussagen über die Leber zulässt. Wenn dann wirklich ein Leberkrebs diagnostiziert wurde, was sind die Therapiemöglichkeiten? Das hängt nun ganz entscheidend vom Stadium ab und auch von der Grunderkrankung. Wir müssen hier zwei Szenarien unterscheiden. Zum einen den chronisch Leberkranken, bei dem sich auf dem Boden dieser chronischen, zum Beispiel Hepatitis, ein bösartiger Lebertumor entwickelt hat. Der wird anders behandelt als ein Lebergesunder, bei dem sich zufällig ein Leberkrebs in einer sonst gesunden Leber entwickelt hat. Beim letzteren, also der gesunden Leber mit einem Leberkrebs, steht die Operation ganz im Vordergrund. Aber auch beim chronisch Leberkranken, der noch eine gute Leberfunktion hat, steht die Operation an erster Stelle. Nur wenn die chronische Lebererkrankung so fortgeschritten ist, dass ohnehin absehbarerweise eine neue Leber, sprich eine Lebertransplantation erforderlich sein wird, oder das eben in dem besonderen Fall als günstigste Therapiemodalität erscheint, dann ist auch eine Lebertransplantation in vielen Fällen lebensrettend. Was würden Sie potenziell Betroffenen raten, wenn Sie einen Verdacht auf Leberkrebs haben? Das Wichtigste ist, sich an einem spezialisierten onkologischen Zentrum vorzustellen. Denn nur dort kann entschieden werden, welche Therapie die sinnvollste ist. Und deswegen kann ich eigentlich nur jedem Betroffenen raten, sich an einen kompetenten Onkologen oder auch an ein Transplantationszentrum zu wenden. Dort ist in der Regel die Kompetenz vorhanden, um eine solche Therapie effektiv durchzuführen. Gut, ich denke, Sie haben sehr viel Spannendes erzählt. Gibt es noch etwas, was Sie sagen möchten, das wir bis jetzt noch nicht erwähnt haben? Ich glaube, ich will als Abschlussbotschaft einfach darauf hinweisen, dass auch die Diagnose Leberkrebs in vielen Fällen noch eine Heilung für die Patienten ermöglicht. Und wenn die Heilung nicht möglich ist, so doch wenigstens eine mit guter Lebensqualität bestehende Lebensverlängerung erreichbar ist. Und daran sollten sich Betroffene vielleicht ein wenig aufrichten. Gut, dann vielen Dank, Herr Professor Schmidt, für diese spannenden Informationen zum Thema Leberkrebs. Dankeschön.